So, noch mal herzlich willkommen in Karlsruhe und das hier, wir sind schon auf der richtigen Fährte. Wir kommen am geäußten Blattmuseum. Dort fahren wir morgen hin. Und das ist jetzt mal schon um jemanden. Ich mache das deswegen, weil, und welche Flagge weht? Die Wanderflagge. So, dann sind wir zurück. Es wird nicht sehr viel Zeit. Um 20 Uhr sollten wir wieder zurück am Hauptbahnhof sein, damit wir noch nach Hause kommen. Wenn wir dann schon die letzte S fahren, das ist mir relativ wurscht. Also Freiburg haben wir schon abgehakt. Dann sind wir schon über Offenburg. Ja, also Offenburg kann man nicht mehr fahren. Und dafür haben wir jetzt all die Hain. Da steht ja noch. Also Wachstatt, Mannheim. Und so weiter und so fort. Wir haben es gefunden. Ohne Navigationsgerät oder so. Mit einem schönen Frostpark. Also wir gehen jetzt zurück. Also bis später. Dann haben wir ge allied es mit einem Stratzag-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass. Und dann gehen wir noch mit einem Stratzag-Bass-Bass. Vielen Dank.